Für das Cooldown haben wir Face-Pulls und External Rotations, außerdem Weighted Sit-Ups. Weighted Sit-Ups könnt ihr in einer Variante machen. Ihr habt eine Scheibe auf die Brust und macht Sit-Ups. Ihr könnt die Fliese einklemmen, ihr müsst sie nicht einklemmen. Aber mit Sit-Ups gehen wir jetzt nicht weiter durch. Für die Face-Pulls, ich mache es mit einem Gubi-Band. Ihr könnt aber auch am Kabel zu gehen. Da das leichteste oder zweitleichteste Gewicht nehmen. Ich empfehle, wenn ihr am Kabel zu seid, das Tau zu nehmen. Da kann man die Bewegung schön machen. Ich mache zwei, drei Wiederholungen durch. Und dann füllen wir es auseinander. Relativ gute Bewegung. Wir ziehen einfach, wie der Name schon sagt, zum Gesicht. Dabei lassen wir den Nacken entspannt und führen mit den Ellenbogen. Die Schultern locker. Die Schulterblätter auf uns. Die Schulter auf die Seite. 90 Grad am Ellenbogen. Und einfach nur die Außen-Version. Mehr geht auch nicht. Das sind die Arbeit mit gebeugten Locker. Die Schulter hier aufgelegt. Jeweils 15 Stück. Und gute Gaube. Hier haben wir nur die Schulter. Die Schulter auf den Trainings, lasst die Holste, die eine Klänge. Die Schulter auf die Seite. Vielen Dank.